Und hier wuselts an meinen Füßen. Mit drauf treten. Jojo. Hallo Mäuschen. Oh genau. Alle zum Matschi. Super. Hey, hey, hey. Gib sie nicht. Freistag bist du bestimmt ein Mädchen. Bist du ein Mädchen? Guck mal. Keine Pistole untermach. Du bist ein Mädchen. Noch ein Mädchen. Das sind die kleinen Zarten. Hab da irgendwas am Fuß kleben. Und der Rest ist beim Matschi. Super. Juhu. Oh Gott, sind die süß. Hallo? So. Auseinanderhalten kann ich euch nur, wenn ich ein Chip-Lesegerät hole. Und meine tollen Verträge. Da sind Fotos von euch drauf. Weiber. Ne? Weiber. Und der Piet ist so gechillt. Pieti. Hallo Hase. Hallo. Perfekt. Perfekt. Der kleine Mann. Oh. Der ist schon neun Monate, der Piet. Ja. So. Gleich schlaft ihr alle. Das weiß ich jetzt schon. Voran in den Napfen. Genau. Super. Genau. Nicht mit den Füßen, Ause. Da wo das Wasser drin ist. Alle Leute. So. Und da drüben ist die Mama. Josefine. Die darf dann auch mal hierher. Die sind so süß. Guck sie dir an. Eine Rasselbande. Yay. Erlich. Ja, 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 ja.